Der Alt-Wiener Suppentopf ist ein typisch wienerisches Gericht und ideal für die kalte Jahreszeit mit Fleisch, Gemüse. Also es wärmt richtig und hat voll Power. Ich werde den jetzt einmal probieren. Und jetzt zeige ich euch, wie das geht. Die Zutaten für den Alt-Wiener Suppentopf. Da benötigen wir einmal einen guten Tafelspitz, dann Suppennudeln, Zwiebeln, Gewürze wie Lorbeer, Senfkörner und Wacholder. Dann einmal Mark, dann Rinderknochen mit etwas Fleischanteil, dass die Suppe ein bisschen kräftiger wird. Wurzelgemüse von Karotte, Sellerie, Lauch und Gelber Rübe. Und zum Schluss noch Kräuter wie Liebstöckel und Petersilie. Wir starten mit, wir stellen einen Topf auf, geben etwas Öl rein. Dann nehmen wir die Zwiebel, halbieren diese und braten auf der Schnittfläche im Topf goldgelb an. So, das Öl hat jetzt ca. 160 Grad. Die Zwiebel werden wir jetzt 5 Minuten anbraten. Nebenbei werden wir uns ein Wasser aufstellen, wo wir separat die Suppennudeln kochen. Dann braten wir diese Fleischknochen auch ganz kurz mit, dass die ein gewisses Röstaroma haben. Dann wird die Suppe etwas kräftiger und fleischiger. Nachdem wir jetzt das Fleisch und die Zwiebel 5 Minuten anbraten haben, werden wir das Ganze jetzt mit Wasser aufgießen. Dann geben wir die Gewürze wie Lorbeer, Wacholder und Senfkörner dazu. So, die Suppe werden die aufkocht. Nehmen wir den Tabelspitz, legen den dazu. Den werden wir jetzt ca. 2 Stunden kochen lassen. Die Trübstoffe, die wir aufsteigen in der Suppe, können vorsichtig dekrasiert und abgeschöpft, dass die Suppe schön klar bleibt und nicht trüb wird. Das Fleisch hat jetzt langsam dahingesiedelt. Das schaut gut aus, das ist bald fertig. Zum Schluss geben wir jetzt noch das Gemüse dazu. Warum zum Schluss, dass es noch schön knackig ist, wenn wir das dann anrichten und nicht verkocht ist. Jetzt werden wir das noch 10 Minuten, eine Viertelstunde mitkochen. Jetzt schneiden wir noch Petersilie und Liebstöckel fein in den Julien. Und dann gehen wir das zum Schluss noch in die Suppe hinein, lassen die ziehen, dass der Geschmack von den Kräutern noch wirkt und wirklich intensive Suppe wird. So, nach 2 Stunden Kochzeit holen wir jetzt mal das ganze Gemüse raus, was schon schön weich ist. Das Fleisch ist auch schon super. Mh, das duftet. So, dass die Suppe natürlich auch geschmacklich noch besser ist und man keine Flanken und Kräuter drin hat, seien wir die jetzt noch schön ab. So, jetzt lassen wir die noch einmal aufkochen, währenddessen schneiden wir mal das Gemüse. Dann schneiden wir noch, ganz wichtig, in einen Wiener Suppenmeindorf eine dünne Markscheibe. Dann kommen noch die Suppennudeln dazu. Das Fleisch schneiden wir auch in dünne Streifen. Und dann gießen wir mit Rindsuppe auf. Mh, wie das duftet. So, und zum Schluss schneiden wir noch frisch geschnittenen Schnittlauch drüber, dass das Ganze noch harmonisch abgerundet wird. Einen guten Appetit. So, und dann protocol Stormดier. So, romans hier obtenissbrar gibt es jetzt in den decides hur dona flowaaa und den Planung verbisMerde verb decisiv號 ist. Na Conglagerung要lando ist das Begehung an Naser-istera-istera-istera-istera-istera-istera-istera-istera-istera-istera-istera. So, bis zum Schluss. Dann Latino zusammen Verantwortung rein. Also hat's das Ganze im Team Motifus�� biliert. So Six Celsius